Hallo zu unserem E-Mobility Update an Halloween. Ein schauriges Angebot für E-Mobilisten hat sich Stellantis überlegt und rollt jetzt seinen neuen Ladeservice namens Free2Move Charge Go aus. Und genauso gruselig kompliziert wie der Name sind auch die Preise. Ob Stellantis damit auch nur einen einzigen Kunden gewinnen kann, das klären wir in den nächsten Minuten und sind gespannt auf ihre Kommentare. Die meisten Elektroautofahrer dürften diese These unterschreiben. Ein Ladeservice sollte unkompliziert und günstig sein. Ein günstiges Beispiel dafür ist Aldi Süd, wo man an AC-Ladesäulen 29 Cent pro Kilowattstunde zahlt und beim DC-Laden 39 Cent. Ein unkompliziertes Beispiel ist EWE Go, wo an sämtlichen eigenen Ladesäulen des Anbieters ab morgen 52 Cent fällig sind und im Roaming bei anderen Anbietern immer pauschal 62 Cent. Solche Angebote könnte sich ein neuer Player eigentlich zum Vorbild nehmen. Doch dann kommt der riesige Autokonzern Stellantis, zu dem Marken wie Peugeot, Fiat oder Chrysler gehören und macht es richtig kompliziert. Free2Move Charge Go heißt der neue Ladedienst des Automobilimperiums und es soll laut Eigen-PR eine innovative, kundenorientierte Lösung sein, die aktiv die Haupthindernisse für den Einstieg in die Elektromobilität beseitigt. So viel zur Marketingtheorie. Doch herausgekommen ist, mit Verlaub, ganz großer Murks. Denn statt sich ein einfaches und günstiges Preismodell zu überlegen, setzt der Autokonzern auf individuelle Ladepreise. Das heißt nichts anderes, als dass Elektroautofahrer völlig unterschiedliche Preise je nach Betreiber der jeweiligen Ladesäule zahlen müssen. Wir haben einige Angebote verglichen. So zahlt man mit Free2Move Charge Go an den Schnellladern von Ionity 75 Cent pro Kilowattstunde und bei EnBW 82 Cent. Doch die Spitze des Eisbergs kommt noch. Bei Aral Pals sind sogar 1,02 Euro fällig und bei mehr satte 1,16 Euro. Dafür bekommt man fast schon einen Liter Sprit. Und auch bei AC-Ladern kann es teuer werden. In Leipzig zum Beispiel schwanken die Preise je nach Anbieter zwischen 66 Cent und ebenfalls 1,16 Euro pro Kilowattstunde, wie unser Check zeigt. Manchmal liegen zwischen solchen Ladesäulen der unterschiedlichen Anbieter nur 100 Meter. Die Preise für die meisten Ladesäulen in Deutschland sind bei Free2Move Charge Go also zum Vergessen. Gibt es ein anderes Argument für den neuen Anbieter? Nun, der Service will auch mit seiner Reichweite punkten und nennt den Zugang zu über 800.000 Ladepunkten in 29 europäischen Ländern als wichtigen Pluspunkt. Es mag also sein, dass Free2Move Charge Go auf Reisen hilfreich sein kann, damit man sein Elektroauto überhaupt laden kann. Aber andere Ladeanbieter haben mittlerweile ganz ähnlich gute Roamingnetze. Also Stellantis, wenn ihr wirklich ehrgeizig dabei helfen wollt, dass Menschen aufs Elektroauto umsteigen, dann bringt einen Ladeservice, der unkompliziert und günstig ist. Sonst bleiben sie beim Verbrennen.